Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Okay, warte, was zur Hölle? Hallo liebe Leute, ich gucke gerade hier in Among Us, schaut nebenbei in Star Trek Timelines rein. Nichts Schlimmes ahnend, weil ich mir gedacht habe, hier fängt gerade das neue Event an. Dann schauen wir doch mal ganz kurz nebenbei in Timelines rein und was entdecke ich? A, ist da ein neuer Button beim Kaufen und B, gibt es ein neues Package, muss ich mehr sagen? Alter, Tilting Point, ihr sollt es nicht kiffen beim Designern, was zur Hölle geht denn falsch mit euch? Oh meine Güte, wie kann man denn den so releasen? Oh, das ist ja ganz übel, Tilting Point. Da hat wohl jemand vergessen, eine Textur drüber zu legen. Ich weiß, das passiert denen ganz gerne mal, auch bei den Schiffen, die sie releasen, dass die einfach mal Texturmatsch sind. Aber das ist ja mal eine ganz üble, wilde Geschichte hier. Meine Güte. Also, Tilting Point, da fragt man sich ja schon ein bisschen. Okay, wenn wir schon da dabei sind, da machen wir gleich weiter. Im Portal werden Credits wöchentlich gelootete Boxen. Vergessene Schätze, Jänner 2019, das ist übrigens auch sehr nice, feiere ich auch großartig. Ich weiß auch nicht, was sie hier gemacht haben mit den Grafiken, wieso sie die alle mega überblenden. Vielleicht ist das der Kontrast, der, weil ich immer wieder sage, es fehlt der Kontrast. Vielleicht wollten sie deswegen mega Kontrast reinhauen, ich weiß es nicht. Aber was soll denn das, wieso heißt das Portal Jänner 2019? Oh Mann, ey, dann sehe ich das, dann gucke ich rüber, sehe den Doktor und denke mal, okay, alles klar, jetzt muss ich die Aufnahme starten. Muss ich zu den Waffen greifen, OBS starten und weil Tilting Point fragen, ob die vielleicht ein bisschen kiffen oder ähnliches. Man weiß es nicht genau. Na gut, jetzt wo wir schon da sind, machen wir gleich mal ein bisschen was. Jetzt schauen wir mal gleich ein bisschen rein, hoffe euch geht es gut. Und wir schauen einmal, wie das Ganze gelöst wurde mit dem Midweek-Geschichtel hier, Midweek-Ereignis, was auch ein gutes Bild noch war. Da war natürlich noch so ein Bug-Bild bis heute in der Früh, da habe ich noch kurz reingeschaut, um 6.00 Uhr, bevor ich in die Firma gefahren bin. Ähm, Prepare for Faction Event, Ziel Event, verbleibt eine Zeit, okay, jetzt ist gar kein Bild mehr drin, wovor dieses Bug-Bild drin war. 0% und 0 von 9 und es verbleibt ein Tag. Okay, schließe 5 Ausmissionen ab, mein Stein 1 von 5, Locked Anti Previous Objective Event ist completed und ich sehe schon was es ist. Ich weiß, ich weiß, dass es mit Shuttle zu tun hat und ich weiß, dass das auch mit Shuttles zu tun hat. Zweimal Shuttle? Vor allem, wieso dahinter macht es nicht mehr Sinn, Shuttle am Anfang zu machen, weil das das mühsamste und dümmste ist, was es gibt. Seit Scannen und Scannen haben sie ja irgendwo mal verbessert. Okay, naja, never mind. Ich mache das mal ganz blind mit euch. Nehmen wir, holen wir uns da das Pony-Paket ab. Ganz blind mit euch das erste Objective Event und dann schauen wir einfach mal, wie es uns dabei ergeht. Gehen wir nochmal auf Ereignis betreten und los. Schickt mich da auf die Galaxiekarte. Ja, das passt ja auch. Dann woppen wir mal ganz kurz durch. Machen wir mal auf die Schnelle 20. Ereignisübersicht. Belohnung abholen. Dann holen wir mal ab. Trainingspakete. Replikator. 20 haben wir auch gemacht. Und, jetzt haben wir nicht geschaut, wie viel, aber never mind. Wir klatschen einfach raus. Machen wir nochmal 30. Das sollte reichen. Belohnung abholen. Ja, okay, alles klar. Zeitverkürzung ist auch dabei. Dann vier Shuttle-Missionen. Meinstein 1 von 3. Reicht abholen oder muss man neue wegschicken? Stellen wir gleich fest. Complete 4 Shuttle-Missions. Okay, es reicht, die abzuholen. Gut, 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 gut. 8 Shuttle-Missions. Alter, Timelines. Ernsthaft. Wieso denn Shuttles? Wieso denn? Reicht nicht einfach euer dummes Shuttle-Event, das ihr danach noch raus habt? Ich dachte, ihr seid auf den Trichter gekommen und habt festgestellt, dass Shuttlen einfach scheiße ist und das keiner gerne macht. Ich merke schon. Heute bin ich in Rage-Stimmung. Mann, Timelines. Wieso denn? Wieso denn Shuttlen? Och, come on. Oh nein. Oh, Timelines. Ich hatte so viel Vertrauen in euch. Okay, das war eine Lüge. Aber Timelines. Oh, herzhaft. Timelines. Why? Ihr könntest doch nicht alles falsch machen. Es tut mir ja irgendwie schon ein bisschen leid. Ich weiß nicht, welcher Haufen dort sitzt, aber manchmal kann man Mitleid haben mit denen. Man kann sich denken, ach ja. Schwierig. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Ich mache mal im Schnelldurchlauf die Shuttles. Die Reise. Und danach machen wir die Shuttles. 9, 11, ja, komm, passt auf die Schnelle. Dat passt auf die Schnelle. Let's go. Viel Spaß beim Reisen. So, und dann machen wir die Shuttles. Shuttles, Shuttles, wird nichts gehighlighted. Das heißt, jede, ja, jede Fraktion kriegt einen Bonus. Okay. Als Belohnungen war eine Zeitverkürzung drinnen. Das ist okay. Dann kann man auch schneller shuttlen, theoretisch. Ich weiß nicht genau, was sie damit bezwecken wollen, dass sie da unbedingt die Shuttles reinhauen, aber gut. Wir haben 44,4% abgeschlossen. 4 von 9 haben noch einen Tagzeit. Wenn du alle Ziele abschließt, erhältst du 3 große Zeitverkürzungen. Das ist ein bisschen unterweitigend, oder? Also, für das, wenn ich mir gerade überlege, vor einem Jahr, zwei Jahren mittlerweile, gab es doch dieses eine Midweek-Event mit dem mega vielen Delizium. Da gab es doch irgendwie 8000 Delizium oder so, wenn man daran teilgenommen hat. Wahnsinnige Menge. Sie auch gesagt haben, das werden sie nicht doch mal machen. Schade. Aber dann kam ja ewig lang nichts. Und jetzt haben sie es quasi neu konzeptioniert. Und das ist jetzt der Neukonzept. Drei von diesen Zeitverkürzungen für den schlimmsten Event-Typ, den man sich einfallen lassen kann. Weiß ja nicht. Naja, jedenfalls 4 Shuttles haben wir. Dann gibt es 8 Shuttles. 20 Shuttle-Missionen sollen wir kompleten. Da gibt es immerhin ein bisschen Kronitons bei den 8. Dann gibt es 20 mit 300 Kronitonen. Und das letzte hier auch nochmal. Und es sind lauter Shuttle-Geschichten. Premium Shuttle-Boni. Und diese Bedarfsanforderungsgeschichten. Das ist ja mega unterwältigend, Leute. Oh, ist das vor allem, ist es ja dumm, dass die der Reihe nach gemacht werden müssten. Was soll denn der Shit? Wieso kann man die nicht einfach freischalten hier? Wieso kann man nicht alle gleichzeitig freischalten? Oh, dann einen Tag Zeit lassen für so viele Shuttle-Missionen. Und Timelands wäre es anders schaffen. Vor allem, wir möchten daran teilnehmen bei diesen miesen Belohnungen. Wieso packst du denn kein Delizium rein? Hä? Hä? Delizium haut es ja auch bei der Kampagne rein. So 75 Mal eben zwischendrin eingestreut. Wieso fehlt das denn in dem Midweek-Event? Ich check's nicht. Check's nicht. Komm nicht dahinter. Weiß nicht, was sich die überlegen. Ob sich die was überlegen. Wenn ich mir so das Kaufportal anschaue, glaube ich nicht, dass sie sich was überlegen. Aber okay. Schauen wir mal, was wir da drinnen haben. Eine neue Collection. Und Objective-Event-Beta. Ja, Beta trifft ganz gut. Kulturelle Figure. Mal wieder eine neue Collection. Das ist leicht gemachter Content. Das machen sie ganz gerne in den letzten Jahren. Aber auch nichts dagegen gegen Collections. Muss ich auch sagen. Und dann haben wir das Objective-Event. Ja, very simple. Not representative. Non-issue. Ja, ich hätte da mehrere Non-issues. Aber mich fragt ja leider keiner. Und wie schnell das endet. Die hat noch gesagt, dass sie sich da mehr Zeit nehmen. Wollten die nicht sogar am Montag starten. Das Ganze bis Donnerstag laufen lassen. Als Dienstag bis Mittwoch. Für 20 Shuttles und plus. Die haben sich bestimmt was überlegt. Garantiert. Garantiert. Kann man das gar nicht anders vorstellen. Looking forward into your participation and feedback. Ja, Feedback habt ihr. Tada. Darf ich vorstellen? Mein Rant-Video ist da. Feedback ist raus. Tätig Point. Das auf jeden Fall. Okay. Ja. Ich gucke gerade eh Licht rein. Zumindest von der Gestik. Forgotten Trashes. Das müssen wir uns ja auch noch anschauen. Hier unser Jänner 2019 Paket. Im November 2021. Muss man auch immer wieder festhalten. Für Leute, die das Video im Nachhinein vielleicht gucken. Holt drei Illusive Treasure Packs. Mit einer erhöhten Chance. Vorgestellte Crew. Jedes 10er Paket enthält. Alle Beholds. Alle Super oder Legendäre Crew. Und garantiert mindestens eine Legendäre. Limited Crew. Und es gibt keine Info, was denn drinnen ist. Also auch das wieder skandalös. Denn vorgestellte Crew. Da würde ich jetzt sagen, okay, alle die muss ich mal jetzt merken, wer da oben zu sehen ist. Da in der obersten Reihe. Den man überhaupt nicht erkennt, weil er verdeckt wird. Oder wie stellt sich Tating Pointers gerade vor? Dass man weiß, wer in dem Portal drinnen ist. Oder muss ich da reingehen und sehe es da? Oh Gott. Ja, natürlich sehe ich es da drinnen. Okay. Alles klar. Und hier haben wir extrem seltene oder Legendäre Beholds. Für 4900 die Lithium. Und da haben wir eben das Ganze für 55 Euro. Das heißt, man kriegt 30 Pakete. Und alle enthalten Beholds. Ich bin mir nicht sicher, ob die gemischten Beholds schon drinnen sind. Die wollten sie ja mal einführen. De facto habe ich noch keins gesehen. Ihr könnt ja Kommentare schreiben, ob die schon drinnen sind. Ob ihr euch eins von den Forgotten Treasures oder ähnliches gekauft habt. Und schon eine gemischte Auswahl gesehen habt. Zwischen Vier-Sterne- und Fünf-Sterne-Leuten. Das heißt, statt einer Auswahl, die rein auf Fünf-Sterne-Leute basiert. Oder rein auf Vier-Sterne-Leute. Das soll es ja in Zukunft nicht mehr geben. Sie wollen es ja zusammenmischen. Vielleicht ist es hier auch schon drinnen. Kann ich nicht sagen. Ich werde es mir nämlich nicht kaufen für die 55 Euro. Weil mir da 30 ein bisschen zu wenig ist. Ja, offenbar sind da nur Beholds drinnen. Aber zur großen Wahrscheinlichkeit sehen wir ja hier schon die 90%. Das heißt, es werden Vier-Sterne-Beholds wahrscheinlich drinnen sein. Und ich habe die meisten Vier-Sterne-Leute. Das heißt, mir bringt das gar nicht so viel. Gerade was ich hier auch grob sehe an den Leuten, die ich da entdecke. Die habe ich eigentlich alle von den Vier-Sterne-Leuten. Das heißt, für mich bringt es das nicht, da was rein zu Jolo'en. Tendenziell gebe ich ja gerade weniger Geld aus für das Spiel. Bis gar keins. Und deswegen werde ich da jetzt auch nicht stoppen. Gerade weil das auch wieder sie es nicht hinkriegen. Wirklich gescheit hinzuschreiben, was wo drinnen ist und wie viel. Und ob da jetzt gemischte Beholds drinnen sind oder nicht. Da müssen sie einfach einen besseren Job machen. Aber nichtsdestotrotz gerne in die Kommentare, ob ihr das gekauft habt. Und was denn da drinnen ist. Ob eine gemischte Auswahl auch mittlerweile vertreten ist. Ansonsten haben wir noch ein 28 Euro Paket Re-Inforce. Mit 20 Premium-Shuttle, nicht Shuttle zum Glück, sondern Premium-Packs. Genau. Und zusätzlich die Lithium-Chronitonen und Credits. Das ist auf jeden Fall schon mal besser, als das, was sie letztens drinnen hatten. Aber 800 ist mal ein bisschen zu wenig. Und die 250.000, mit denen kann man halt genau nichts machen. Und das für 55 Euro. Sie versuchen es halt immer wieder, die Citations irgendwie runter zu jubeln. Mittlerweile mit dem 1, 2, 3, 4 Bundle. Und half oft total limitiert und runtergewirtschaftet der Preis. Ihnen bleibt quasi gar nichts überhaupt bei dem Paket. Weil sie alles raushauen für die Leute. Nee, danke. Nee, 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 Dankeschön. Gut, dann würde ich doch sagen, war es das mal wieder. Mehr Neues gibt es nicht. Aber, ja, Objective Events sind drinnen. Das ist cool, dass es das mal gibt. Aber gut, dass es eine Beta ist. Und ich hoffe, sie ändern das noch. Weil ich bin kein Fan davon. Das Ganze als Shuttle-Thematik zu machen, ist nicht die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Und bitte lasst eure Praktikanten nicht wieder irgendwelche Sachen designen. Das wäre mir ein hohes Anliegen. Okay, ich bin raus. Sag euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Star Trek Timelines Beta. Bis dann. Ciao. Ciao.